Wie ist die Situation vor Ort? Wir sind in der anderen Kaserne mit einem doppelten Patientenaufkommen beschäftigt. Wir haben zwischen 100 und 120 Patienten pro Tag und es ist auch noch nicht abzusehen, dass das deutlich weniger wird. Was sind denn da die größten Herausforderungen als Arzt? Die medizinische Herausforderung als Arzt ist ähnlich wie in einer Praxis. Wir sehen aber mehr Probleme in der Zuwendung, wenn es um posttraumatische Belastungsstörungen geht, wenn es um Erkennen geht von psychischen Erkrankungen, die anders von den Patienten auch wahrgenommen werden in ihrem Ursprungsland als vielleicht bei uns. Es ist auch dann die Verständigung natürlich erschwert. Wir müssen natürlich dann einen Dolmetscher hinzuziehen, wenn es nicht in Englisch geht. Und das kann natürlich sein, dass wir da gar nicht die ureigensten Ängste und Probleme erkennen können. Also die Sprache ist eine Hürde, natürlich auch die Belastung durch den Krieg oder durch die Flucht. Was sehen wir für Krankheiten? Sind das die normalen Krankheiten, die Sie als Facharzt für Allgemeinmedizin aussehen oder sind auch andere dabei? Es wird ja häufig gedacht, dass wir da ganz exotische Krankheiten den ganzen Tag sehen. Das stimmt nicht. 80, 90 Prozent sind ähnliche Krankheiten, wie wir es jetzt auch im Winter sehen in den Praxen, Erkältungskrankheiten. Aber wir sehen natürlich deutlich mehr schwere Krankheiten, die Kriegsfolgen sind. Nicht verheilte Brüche, Schusswunden, Infektionen, nicht versorgte chronische Krankheiten, entleiste Diabetes mellitus, viele Schwangere, viele nicht geimpfte Patienten und natürlich auch eine große Anzahl von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Das heißt, Sie haben wahnsinnig viel zu tun. Die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Der Zustrom von Flüchtlingen wird wahrscheinlich nicht so schnell abebben und der Zuspruch auch der Kollegen ist groß. Wir haben einen großen Zuspruch unter den niedergelassenen und emeritierten Ärzten, die gerne bei uns mitarbeiten wollen und sich dort einbringen. Ein wunderbares Projekt, das hoffentlich viele Nachahmer findet. Ich danke Ihnen auch. Ich danke Ihnen.